Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zum diesjährigen Jahresrückblick 2020. Ja, liebe Freunde, dieses Jahr ist wieder mal nicht viel passiert, aber das heißt ja nicht, dass wir gar nichts gemacht haben in diesem Jahr. Nein, ganz im Gegenteil, wir haben schon ein wenig gemacht und wir wollen das ganze Jahr noch ein wenig Revue passieren lassen. Unter anderem eben wollen wir in jedes Projekt wie jedes Jahr ein klein wenig reinschnuppern, eine Szene uns daraus anschauen. Aber natürlich wollen wir auch mit dem Infinite Basement Seed bzw. Easter Egg hier nochmal auch wieder dieses Jahr zwei Ebenen pro Projekt machen. Das heißt, wir starten mit Isaac durch und ballern jetzt erstmal schön, hoffentlich. Ah, wir hatten wohl, wir hatten wohl Edens Blessing im letzten Run. Das heißt, wir starten mit dem, mit der Bandage, mit der Super Bandage. Und ja, dann spielen wir erstmal die ersten zwei Ebenen und dann widmen wir uns dem ersten Projekt in diesem Jahr 2020 und dann gucken wir weiter. Oh, ein Nickel. So, jetzt erstmal vollste Konzentration auf unseren Run, in der Hoffnung, dass der wieder eskaliert, so wie jedes Jahr. Dadurch, dass wir ja nur die Infinite Basement spielen, kann das richtig steil gehen, weil wir die gleichen schwachen Gegner behalten, aber natürlich unsere starken Items behalten. Aber so langsam wird es Piggybank, einfach so random. Langsam wird es Zeit, dass wir einen Item Room finden. Der ist genau direkt neben dem Bossraum, ist ja herz aller Liebst. So, dann wollen wir doch mal hoffen, dass was Gutes drin ist. Contagion ist kein schlechtes Item. Little Horn. Contagion ist bei Liebe kein schlechtes Item. So, du sprengst dich wieder selbst, vielen Dank. Oh, direkt ein Gold Heart obendrauf. Und Roy Grage, Speed and Range up. Das ist doch gut. Wir haben eine Bombe und wir haben genau einen einzigen Spot, wo der Secret Room sein kann. Dann nehmen wir den doch mit. Ich nehme alles zurück, wir haben genau zwei Spots und ich habe mich genau für den falschen Genie wäre gewesen. Oh Gott. Ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, merkt man vielleicht. Aber tut nichts Sache. Wir starten rein in Basement 2. Zwei haben einen Schlüssel für den Item Room. Sehr gut ausgewichtigt. So. Jetzt kommt mal runter da. Schön auf den Steinen drauf sitzen. Gut. Wo könnte der Item Room haben? Hat ihn ge... Ja, doch. Die X-Ray Vision. Jetzt kommen wir in jeden... Das sind jetzt noch nicht so die krassen Items, die unseren Damage boosten. Aber wir kommen dafür hier rein. Gut. Hat uns jetzt in dem Moment leider nicht so viel gebracht. Außer, dass wir kostenlos in die Bibliothek... Blank Room, Blank Room, Blank Room. Okay. Okay. Hm. Mal gucken. Da ist der Super Secret Room. Der uns dann hoffentlich was bringt. Herzen. Naja. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum Boss. Monstro. Kann man ja mal... Ah ja, hier. Ich habe leider die ganzen Namen der Wunden vergessen. Außer die Yera, Paltrow und so weiter. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie die hier geheißen hatte. Na. Na, komm schon. Tank me. Es ist eine Champion-Form, ich weiß. Aber es ist ein Monstro. Warum tankt er so viel? Und jetzt kriegen wir bitte ein gutes Item. Ja, erstmal kommen wir hier oben. Vier Shots. Lord of the Pit. Gefällt mir doch direkt viel besser. Und der Safety Pin. Gut. Ähm. Wir nehmen noch eine Blank-Rune mit. Und dann können wir eigentlich schon über das erste Projekt reden. Und zwar war das in diesem Jahr kein geringeres als die Fortsetzung des letzten Projekts des letzten Jahres. Und zwar Undertale. Wir haben mit Undertale weitergemacht. Und wir haben in diesem Jahr viel erlebt. Wir haben gelacht. Wir haben geweint miteinander. Vor allem auch ein bisschen geraged in Isaac. Aber vor allen Dingen haben wir auch miteinander gesungen. Ja. Also weniger ich und mehr Metatron. Aber seine vorerst letzte Performance, die wollen wir uns gleich gemeinsam anschauen. Zuallererst natürlich, ihr wisst, ich bin ein Freund von Statistiken. Ähm. Videomaterial produziert. Ganze 5 Stunden, 58 Minuten und 56 Sekunden. Und wie gesagt. Aus der letzten Performance von Metatron. Da schauen wir uns einen kleinen Ausschnitt an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mit meiner kleinen Gesangseinlage. Ich habe Angst. Oh. That human. Could it be? My one true love. Oh god. Oh god. Oh god. Oh my love. Please run away. Monster King. Forbid's you stay. Humans must. Live far apart. Even if. It breaks my heart. They'll put you. In the dungeon. It'll suck. And then you'll die a lot. Really sad. You're gonna die. Cry. Cry 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 cry. So sad it's happening. Right now. So sad. So sad. So that you're going to the dungeon. Well. Toodles. Oh no. Whatever shall I do. My love has been cast away into the dungeon. A dungeon with a puzzle. So dressed. Stressedly. My paramour will surely perish. Oh heavens have mercy. The horrible colored tile maze. Each colored tile has its own sadistic function. For example. A green tile sounds unnice. And then you must fight a monster. Right tiles will. Actually. Wait a second. Didn't we see this puzzle about a hundred rooms ago? Ja. That's right. You remember all the rules don't you? Great. Then I won't waste your time repeating them. Oh. And you'd better hurry. Because if you don't get through in 30 seconds. You'll be incinerated by these jets of fire. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha. Ha ha. My poor love. I'm so filled with grief. I can't stop laughing. Good luck darling. Oh god. Ja. I'm so sorry. Looks like you're out of time. Here comes the flamestalling. They're closing in. Getting closer. Oh my. Any minute now. Robotic cock. Ring. Watch out. I'll save you. I'm hanging to the firewall right now. Oh god. Night. Into the firewall. Oh no. How could this happen? Filed again by the brilliant Dr. Alphys. That's right. Come on. Give up already. You'll never be able to defeat us. Not as long as we work together. Your puzzle's over. Now go home and leave us alone. Puzzle? Over? Alphys. Darling. What are you talking about? Did you forget what the green tiles do? They're making a sound. Then you have to fight a monster. Well darling. That monster. Is me. Metatron attacks. Hi. Yell. We can't even cry. Okay. Check. This is it darling. Say goodbye. As at your phone. You'd better answer it. Hey. Hey. This seems bad. But don't worry. There is one last thing I install on your phone. You see that yellow button? Go to the phone. Phone's egg menu and press it. Your phone's egg menu is glowing. Okay. Uh. I'm not coming up. Um. Egg. Yellow. You press the red yellow button. The phone is resonating with Metatron's presence. Oh. That yellow glow. Now press C. Ahem. Z. Oh. We could actually be. You have defeated me. How can this be? You were stronger than I thought. Etc. So, willkommen zurück. Oh Gott, ich hoffe, das war nicht zu cringy. Aber gut. Dann schauen wir mal weiter. Was wir hier haben. Ein Shop mit 21 Münzen. Wir könnten uns hier zumindest schon mal den Schlüssel holen. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Für den potenziellen Item Room, der... Ich glaube sogar... Ah, Moment. Ich glaube, der ist ja sogar offen. Der ist ja, glaube ich, sogar offen. Aber er ist natürlich genau in der anderen Richtung. Das ist natürlich sowieso selbstverständlich. Dann gehen wir doch in die andere Richtung. Da ist er ja. Der Minimash. Ja, wäre eine Option. Ich glaube, uns bleibt auch nicht viel anderes übrig. Haben wir eine Batterie im Shop? Ja. Jetzt machen wir zuerst kurz mit dem Boss. Nochmal Monstro. Mit der... Das wäre jetzt der Jera-Effekt gewesen. Ja, die Blank-Run ist halt ein zufälliger Runen-Effekt. Ich weiß nicht, wo ich ihn am besten einsetzen soll, wenn ich ehrlich bin. Das ist diesmal wenigstens keine Champion-Form. Das heißt, wir können hier eigentlich ganz gemütlich ein bisschen näher dran stehen. Weil selbst wenn wir nicht kassieren, ist es halt so schlimm. So. Binky Memories ist halt auch nicht so gut. 22 Münzen. Ja, Mams-Ei. Ist jetzt alles nicht das Wahre, aber... Na gut. Dann gehen wir runter in die nächste Ebene. Und gucken uns an, was wir hier so haben. Erstmal ein Hit kassieren. Ist auch gut. So. Das sind genau die Räume, wofür Contention gut ist. Der Dogtooth. Der Dogtooth. Weiß ich halt wirklich nicht. Gut. Wir haben noch bestimmt zwei Räume exakten Gegnern. Wieder ein Haufen Herzen im Sigrun. Das ist nett, aber die brauchen wir effektiv gar nicht. So. Ja, ich mein, Tough Love ist schon nicht schlecht. Dann gucken wir hier noch rein mit unseren 22 Münzen. Und unserer eigenen Bombe. Ja, ich mein, Peach, die kann man schon mal machen. Puberty ist auch eine gute Pille dann für das, dass wir nur, äh, beziehungsweise keine negativen Pille-Effekte haben. Gut. Dann sehe ich da noch einen Challenge Room. Den wir nicht betreten können, weil es ein Boss Challenge Room ist. Gut. Dann, Larry Jr. Okay, was haben wir hier? Judas Shadow. Ja, doch. Das Demon Baby nehmen wir mit. Und Squeezy nehmen wir auch mit. Und dann kommen wir Soul Hearts, noch ein bisschen Fire Raid ab. So langsam wird das ja. Es ist heute ein sehr dämonischer Jahresrückblick. Aber, nun gut, ich mein, das soll ja erstmal nicht falsch sein. Apropos dämonischer Jahresrückblick. Das nächste Projekt ist kein geringeres als The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Jaja, wer hätt's gedacht, wir haben auch in diesem Jahr 29 Folgen und ganze 19 Stunden, 33 Minuten und 33 Sekunden an Videomaterial zusammengebracht. Und, als ganz besonderer Meilenstein in diesem Jahr, wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Nämlich, The Forgotten. The Forgotten ist ein relativ cooler und sehr uniker Charakter. Und da soll es ja nächstes Jahr noch viel, viel mehr geben. Denn nächstes Jahr kommt das letzte DLC für The Binding of Isaac raus. Und zwar The Binding of Isaac Repentance. Und da bin ich ja sehr gespannt drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Und da geht's dann auch wieder Let's Play technisch richtig runter, das verspreche ich euch. Auf jeden Fall, wenn wir uns einen kleinen Ausschnitt in diesem Jahr, aus diesem Jahr, äh, zu Gemüte führen dürfen, dann definitiv die erste Folge, der erste Run mit dem neuen Charakter. Der war so broken. So immens krass. Wahnsinn. Aber wir schauen uns jetzt nicht so die... Ja, okay, wir schauen uns schon so ein bisschen die, die komplette Eskalation an. Aber allen voran haben wir in diesem Run ein anderes Item für uns entdeckt. Und zwar den Smelter. Und was wir mit dem Smelter so alles angestellt haben, wir dürfen diese, diese Trinkets nicht unterschätzen. Von daher, schauen wir uns das mal an. Viel Spaß. Und heute ist es endlich soweit. Wir starten unseren neuen Charakter. The Vaggotten. Und ich bin sehr gespannt, wie der sich so spielen wird. Wie gesagt, das ist auch mein erstes Mal. Wir starten mit Dr. Feed. Hatten wir Ian's Blessing im letzten Run? Natürlich, wir hatten den, die... Wir... Also das ist sehr interessant, um mit Dr. Feed zu starten. Und dem Holy Metal. Das zeugt von einem guten ersten Run. Oh mein Gott. Und unten aber, wir gehen natürlich auch noch so Sachen ab, wie hier den Secret Room hier unten. Und wir kriegen... Okay, Moment. Moment, Moment. Das ist doofes Feuer. Dann kommen wir hier drüben noch. Und hier noch. So, wir haben hier die Lost Contact. Aber da kommen wir natürlich nicht ran. Außer... In unsere Seele. Weil die kann ja fliegen. Und mit der können wir auch... An solche Items rankommen. Jetzt haben wir auch noch die Lost Contact. Und können mit unserem... Ich hoffe, auch mit unserem Bone Swing hier... Ähm... Tatsächlich Projektile zerstören. Angekriegt. Natürlich kriegen wir direkt Red Hat. Der Match bei unserer Seele ja nicht im Einsatz ist. Oh mein Gott. Was passiert, Frau Huckuckung? Was passiert hier denn? Tech X? Okay, leider... Leider ist Tech X nicht bei unserem normalen Swing dabei. Aber... Bei unseren Bomben dann. Und das ist halt... Ey... Ich hätte mir keinen besseren ersten Run für unseren neuen Charakter aussuchen können. Es ist echt unglaublich. Jetzt haben wir alles zusammen. So, jetzt hätte ich dich gerne da oben mal hingelegt. BFF! Die Frage ist... Ja oder nein? Ha. Ich glaube eher nicht tatsächlich. Das Starter Deck. Nee. Nee, lieber nicht. Nochmal BFF. Ha. Mit dem Bad in der Box hingegen halt schon. Weil dann haben wir wenigstens was dafür. Das Humbling Bundle... Da ist es doch. Ah, wir haben es wieder bekommen. Okay. Wunderbar. Dann nehmen wir dich noch ganz kurz mit. Und dann können wir uns noch Death Options leisten. Und damit sind wir gerüstet für die nächste Ebene. Hier können wir übrigens auch mal den Durchgang öffnen. So. Dann hätte ich hier gerne die Crown of Light. Und Multidimensional Baby. Da wäre noch der Smelter. Der Smelter wäre natürlich auch interessant. Der Smelter wäre interessant. Dadurch könnten wir alle Trinkets, die hier so... Ganz weit weg mit dir. Die hier so rumliegen. Könnten wir effektiv alle mitnehmen und vereinen. Ach ja. Also dieser Run heute ist einfach unvergleichbar für einen ersten Run mit einem Charakter. So. Mit dem Smelter sollten wir jetzt alle unsere Trinkets, die wir haben wollen, die wir mitnehmen wollen, einschmelzen können. Und diese Effekte permanent behalten. Das heißt, wir können sowas wie diese zwei hier noch mitnehmen. Ah, der Pokerchip. It's Double Downtime. Was auch immer. Wir nehmen einfach beide Effekte mit. Gut ist. So was wir mitnehmen können. Können wir auch gleich verwerten. Hier. Die Walnut. Da kann man alles mal mitnehmen. Ich kann überhaupt nichts erkennen, um ehrlich zu sein. Blind Rage. Da haben wir noch ein Trinket mit bei. The Sun. Okay. Äh. Ja. Das können wir auch direkt mal einsetzen. Die Telepills. Hier war noch gar nicht drin. Die Telepills werde ich noch ungern benutzen. Am Ende lassen wir unsere Yerra aus Versehen liegen. Wir nehmen die mit, gehen zum Boss und machen mit mal einen kurzen Prozess. Sehr kurzen Prozess. Holy. Okay. Geben wir noch Bob's Bladder. Das können wir auch direkt mal einsacken. Fünf Milliarden Telepills. So. Nehmen wir erstmal das hier alles mit. Okay. Was haben wir hier? Health up. Health up. Also besser geht's ja nicht. Wir haben schon wieder... Wir können auch die anderen beiden Trinkets wieder kombinieren. Jetzt wollen wir natürlich unseren Smelter nicht wegwerfen. Eine Pathro haben wir. Wir können jetzt erstmal unsere Trinkets wieder einschmelzen. Den Doorstop auch nochmal einschmelzen. Und jetzt erst... Ja. Das können wir direkt einschmelzen. Und dann war's das auch schon. Und den Smelter holen wir uns gleich nochmal ab. Aber... Oh, wir können unsere Bonehearts tatsächlich nicht mal umsetzen in... Okay, ich wollte mir jetzt einen Meat Boy machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut. Das war die Macht des Doorstops. Ja, der Rotten Penny. Ähm... Wealth of Flies, nicht wahr? Jetzt kriegen wir auch noch Fliegen dazu, wenn wir Münzen aufnehmen. Nicht nur Bomben. Ähm... Die können wir nutzen. Dann können wir das einschmelzen. Und noch ein Trinket. Lost... Conquest... Hier ist auch noch... Blister... Bounce Back. Können wir auch noch reinschmelzen. Ah... Ja gut, dann... Bleiben wir beim Smelter. Dann gucken wir mal. Ab zum Mams Heart. Okay. Okay. Okay, ich habe nichts getan. Natürlich gehen wir trotzdem nach oben. Das ist ja ganz klar. Vollkriegen. Was haben wir hier noch? Stem Cell. Region. Regenerieren wir jetzt auch noch Leben durch ein Trinket, das wir jetzt permanent besitzen? Ja gut, ich meine... Jetzt können wir auch die Telepills nehmen. Natürlich. Was auch sonst? Haben wir hier bitte nochmal eine Telepill? Ich will hier nicht Isaac skippen. 48-Hour-Energy. Ich fürchte nicht, oder? Pretty fly. Pretty fly. Los. Jetzt gib mir eine Telepille. Sei nett. Das ist nicht ganz eine Telepille. Jetzt kriegen wir nicht mal. Kommen wir jetzt direkt in die Chester oder dürfen wir jetzt die Cathedral nochmal anfangen? Das ist jetzt die Frage, die ich habe. Jetzt haben wir wahrscheinlich nicht mal die Completion Mark... Ne, wir haben nicht mal die Completion Mark für Isaac bekommen. Okay, ähm... Hier macht ein Bloody Penny. Robo Baby. King Baby. Breakfast, natürlich. Little Chest. Gab nicht das Hairball. Was ist sonst noch irgendwas hier in der Mitte? Nein. Aber wieder ein paar Trinkets. Da haben wir jetzt auch bald alle zusammen. So gefühlt zumindest. Ja. Machen wir mal einfach kurz das Baby. Das Blue Baby. Dass wir das auch abgeschlossen haben. Noch zweimal Schlüssel gekriegt. Breakfast. Der School Bag. Und hier noch den Locust of War. Den können wir noch mitnehmen. So, willkommen zurück im Basement 5. Wir starten direkt wieder im Secret Room. Ja. Ja. Wenn man viele Trinkets vereint, dann kann da ganz schnell was ganz Kurioses draus werden. So, das ist wieder ein ganz besonderer Shop hier. Das sehe ich schon. Schaffe. Aber wir bekommen zwei Luck-Up-Pennies. Und das ist ganz gut. Weil das erhöht unsere Chance, Zähne zu weiten. So, diesmal direkt zum Item Room. Das Monster Manual. Eine Vision Runde. Okay. Ich meine, das kann man ja einmal einsetzen. Und dann irgendwann wegwürfeln. Vision. Ich meine, Ich bin mal ehrlich. Bei der Größe unserer Ebenen, die wir bestreiten, brauchen wir das nicht zwingend. Noch ein Gunthard. Und ein Tinted Rock. Ein Soulheart. Und ein Teleport in den Teufelsraum. Wo ist dieses Mal neben Schaden. Jetzt komm mal her. Ja. Hallo. Machen wir echt so wenig Damage. Äh, leider kein Item für uns gibt. Gut. Dann machen wir den Boss. Monster. In seiner weiteren Champion Form. In einem kleinen Raum. Das ist schon ein bisschen ungeil. Aber wir machen gut Schaden mittlerweile. Monster leider auch. In seiner Champion Form. Aber Ich meine, Moms Coin Pass kann man eben nicht nehmen. Wir haben PhD. Luck Up ist gut. Luck Up ist noch besser. iPhone Pils ist relativ. Pretty Fly ist gut. Ja. Wir haben PhD. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann würfeln wir das Monster manual einmal weg. Und bekommen Piercing Shots. Cupid's Arrow. Das ist ja auch erstmal nicht so Grundverkehrt. Gut. Dann eine Ebene runter. In Basement 6. Und zack. Direkt in den Boss Raum. Okay. Larry Jr. Der ist mir viel lieber als Monster. Genau deswegen. Gut. Das ist ein Multidimensional Baby. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir hatten leider keine Charge auf unserem Dice. Auf unserem Dye, Entschuldigung. Aber jetzt haben wir einen Charge. Boomerang. Boomerang. Ich denke definitiv nicht. Ähm. Ja. Nehmen wir hier Health mit. Im Zweifel haben wir im Shop eine Batterie für drei Münzen. Range up. Ja. Skepula. Ah ja. Und wir haben Curse of the Maze. Gut. Dann nehmen wir das für die nächste Ebene schon mal mit. Können wir ganz sicher auch den Charge haben. Und ganz ehrlich die Münzen. Das war dumm. Die habe ich nicht gesehen. So. Ach komm. Als ob wir jetzt die Maze nicht gekillt haben. Das war eine Dice-Shard. Okay. Das kann helfen. Gut. Damit sind wir auch in Basement 6 angelangt. Und es wird Zeit für unser drittes Projekt. Und das war Spyro the Dragon. In Spyro haben wir viel erlebt. Und den ersten Teil der Remastered oder Reignited Triologie. Äh. Triolo. Mein Gott. Trilogie oder Trilogy. Ich wollte es jetzt den Englisch aussprechen. Das war dumm. Äh. Dem ersten Teil der Spyro Reignited Trilogie haben wir zu 120% durchgespielt. Also ihr in diesem Let's Play könnt ihr alles. Wirklich alles mitnehmen. Was dieses Spiel zu bieten hat. Und ich hatte so unglaublich viel Spaß. Ich kann mich noch genau erinnern. Die letzte Aufnahmesession war über vier Stunden. Ich kann dafür nicht aufhören. 26 Folgen sind es geworden. 7 Stunden, 16 Minuten, 37 Sekunden. Also vier Stunden. Vorhin war der letzte Aufnahmetag. Ähm. Ich glaube es waren nur drei Sessions. Anderhalb, anderthalb und vier. Das kommt gut hin. Äh. Auf jeden Fall schauen wir uns da einen klitzekleinen Ausschnitt aus. der letzten Folge an. Aus der letzten. Aus einem ganz bestimmten Grund ist es viel passiert. Aber für mich als Completionist. In diesem Fall 120% mehr wollten wir ja alles. Uns alles holen. Ähm. Die 100% voll zu machen haben wir in der letzten Folge geschafft. Allerdings hat da ein kleines Stückchen gefehlt. Vor dem Antritt dieser Reise. Und... Das schauen wir uns an. Ähm. Ich will eine kleine Spoiler-Warnung ausrufen. Da es sich um die letzte Folge handelt, werden wir auch den Endboss bekämpfen in dieser Folge. Und da ist auch ein Teil... Ausschnitt, äh, beziehungsweise... Der Kampf ist mit in diesem Ausschnitt mit enthalten. Also... Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und wir sehen uns danach wieder. Ja, und jetzt dürfen wir nämlich auch hier den letzten Drachen befreien. Magnus. Nasty ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Ja. Alle Drachen gefunden. 80 Stück. Das Einzige, was uns fehlt, sind... In Nasty North... Ein einziger Edelstein. Gut, wir müssten ja sowieso nochmal rein, nicht wahr? Weil wir das auf Perfect machen wollen. Aber ein einziger Edelstein... Ist schon ein bisschen... So, dann lassen wir es nochmal reingehen. Und gleich am Anfang ausweichen. Und den letzten Edelstein suchen. 11.000 Euro... Das hätte man sich nicht schöner ausmalen können. Ey, Wahnsinn. Okay, gleich ausweichen. Gleich ausweichen. Gleich irgendwie nach links vorne preschen. Da, wo er uns nicht erreichen kann, dann erstmal... Gleich... So, erstmal umgucken. Wo ist da vorne ist er? Hier wollen wir hin. So, den Schlüssel haben wir. Jetzt gucken wir ihn nochmal ganz in Ruhe durch. Da ist er. Das glaube ich ja jetzt nicht. Oh Mann! Okay. Reicht der Schlüssel hierzu schon? Nein. Okay. Gut. Dass wir gestorben sind, ist okay. Kein Problem. Müssen wir gleich wieder ausweichen. So. Jetzt holen wir uns den Schlüssel da hinten. So. Ach, komm schon. Okay. Jetzt müssen wir ihm eigentlich nur... noch hinterher und dann in der dritten Phase halt aufpassen, dass wir ganz zum Schluss nicht getroffen werden. Das ist doch im Endeffekt schon alles. So. Jawohl! Du bist Toast, Nock! So! Ein einziger Edelstein, nicht wahr? Ein einziger Edelstein. Wie hätte es auch anders sein sollen? Sind wir ehrlich. Aber gut, wir starten jetzt erstmal durch in diesen Run. Oh, Conehead, jetzt kann man ja fliegen. Jetzt kann man ja fliegen, jetzt kann man da ran. Und... Nein. Der Stroller da auch nicht. Also das Cursed... Nein. Nein, wirklich nicht. Na, komm her. So. Eine Batterie wäre ganz nett. Wir haben im Notfall auch unseren Dice-Shard. Unser erstes Trinket. Die werden's Tail. Und prompt kriegen wir einen Blackheart gedroppt. So. So. Ganz viele Schlüssel. Oh. Oh. Ich bin versucht, Mom's Knife mitzunehmen. Ich mag das einfach sehr gerne. Oder... Wir würfeln mit dem Dice-Shard hier neu. Das kann man auch machen. Ja. The Pact. Und... Hm. Ja, warum nicht? Dann... haben wir wenigstens Tränen, die durch... Objekte durchgehen. So, jetzt... Es steht hier nichts mehr im Weg. Hier haben wir noch die Black Candle. Dann haben wir Curse Immunity für die letzten drei Ebenen. Äh... Den Soul Converter. Nee. Nun's Habit. Also der Habit. Ja, doch schon. PFF wäre schon noch eine feine Sache. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein paar Münzen abgreifen von Mittelhorn. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein paar Münzen abgreifen von Mittelhorn haben. Wahrscheinlich nicht, aber... Mehr Stem Cells immerhin. Okay. Ähm... Wir haben auch keine Bomben mehr. Das heißt, wir gehen einfach direkt in die nächste Ebene. Hier ist nichts mehr zu holen für uns. Weil den Straw kann ich auch nicht mitnehmen, weil ich will meinen Dice nicht liegen lassen. Habe ich nicht vergessen. Keine Angst. Basement 8. Da ist schon mal der... Seeker Room mit einer Batterie, die ich jetzt fast random einfach aufgepickt hätte. Das ist eigentlich gar kein so schlechtes Item. Noch eine Batterie. Noch eine Batterie. Und ein Niklik. Ähm... Komm hier nochmal rein. Das ist nicht so interessant. Das ist klar, Bomben wären da, aber... Gucken wir erstmal den Wreckman. So. Ja, ich mein, das Pentagramm, das nehmen wir doch sehr gerne mit. Ich bin jetzt immer auch Leviathan geworden. Das ist toll. Das Pentagramm, dazu sage ich definitiv nicht nein. Dann haben wir hier noch Boss-Challenge-Room. Das kann auch noch gut ausgehen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein tolles Item gedroppt, dass wir dann re-rollen dürfen mit den drei Batterien, die wir haben. Aber nein. Natürlich nicht. Ist ja klar. Jetzt haben wir mal so viele Batterien. Jetzt kann man sie nicht einsetzen. Ja, die hier können wir würfeln. Die Stopwatch. Hm. Boom. Was erwarte ich mir? Ja, ein Quicker Charge tatsächlich schon. Das ist gar nicht so dumm. Gut. Und damit sind wir auch in Basement 8 angelangt. Und wir kommen zum letzten Projekt in diesem Jahr schon. Ja, ich würde sagen, das Jahr hört so auf, wie es eigentlich angefangen hat. Wir haben nämlich einen zweiten Run von Undertale angefangen. Der ist noch nicht fertig, aber der wird auch noch finalisiert. Ähm. Das ist dieses Jahr alles ein bisschen schwierig gelaufen. Ähm. Aber das wisst ihr ja selbst. Da brauchen wir nicht genau drüber eingehen. Wir wollen uns auf die schönen Seiten des Jahres konzentrieren. Und die schönen Seiten sind unter anderem unser Pacifist Run von Undertale. Wir haben 19 Folgen bis jetzt damit verbringen dürfen. 5 Stunden, 10 Minuten und 39 Sekunden haben wir bis dato, ähm, keinen Gegner getötet in Undertale. Wir haben uns immer schön rausgetanzt, schön rausgeredet, schön rausgehackt, äh, schön auch rausge... Äh, keine Ahnung, äh, gesungen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was alles... Aber dieses Spiel ist einfach ein Kunstwerk an sich. Und es ist toll, dass wir das miteinander erleben dürfen. Und wir gucken uns einen kleinen Ausschnitt an von einem Pacifist Run Exclusive. Und zwar haben wir die liebe Undyne zu Hause besucht. Und Papyrus hat uns beide verkuppelt. Und, ja, wie dieses kleine Date startet, das, ähm, das schauten wir uns mal gemeinsam an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Ausschnitt und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Ich kann noch gehen, aber... Hier, Andein! My friend brought a gift for you on their own! Ah, thanks. I'll, uh, put it with the others. Uh, ja, natürlich. So, are you ready to start? Whoopsie doopsie, I just remembered. I have to go to the bathroom. You two have fun! Er ist einfach, er ist einfach aus dem Fenster gesprungen. Um, so, why are you here? Well, to rub your victory in my face, to humiliate me even further, is that it? Nein, natürlich nicht! Then, why are you here? Wait, I get it. You think I'm gonna be friends with you, huh? Right? Ja, never with you. Nein, natürlich schon. Really? How delightful! I accept! Let's all frolic in the fields of friendship. NUT! Why would I ever be friends with you? If you weren't my houseguest, I'd beat you up right now. You're the enemy of everyone's hopes and dreams. I will never be friends with your friend. Now get out of my house. Dang, what a shame! I thought I could be friends with you. But I guess I overestimated her. She's just not up to the challenge. Challenge? What? Papyrus, wait a second! Darn it! He thinks I can't be friends with you? Pwo ho ho ho, what a joke! I could make friends with a wimpy loser like you any day! I'll show him! Listen up, human! We're not just going to be friends. We're going to be... Besties! I'll make you like me so much, you won't be able to think of anyone else! Pwo ho ho ho! It's the perfect revenge! Why don't you have a seat? Okay... Okay... Let's see... Let's see... One time, Elphys... Uh... Friend... Came over here. All he did was lie seductively on the piano. Entschuldigung. Seductively. Oh, no, no, that's true. Seductively. And fed himself grapes. I don't really like that guy, but I admire his lifestyle. In the sink is a teacup in the shape of a fish. This oven is... This oven is some top-of-the-line MTT thing. But, you know, as much as technology advances, nothing beats food home-cooked with fire magic. There's a silverware dreamer. Er, a drawer. It has forks, spoons, knives, tiny swords, axes, spares, nunchucks... And what else do we do? I hate cold food. So, Elphys fixed up my fridge, so it heats up food instead. Hot fridge! The world's greatest invention! So... What's up here? You wanna see my room? Too bad! No nerds allowed! Well, maybe some nerds. I can't believe he left... Haha, he left through the window like that. Normally, he nails the landing. Oh, God. I'll set it to the same thing, what's up here now? Humans suck, but their history kind of rules. Case in point, this giant sword. Historically, humans welded swords up to ten times their size. Right? Um... Ja, uh... I knew it! When I first heard that I immediately wanted one. So, me and Elphys built that giant sword together. She figured out all the specs herself. She's smart, huh? Okay. Okay. Gut, dann... Undine. Hi. It's so nice to have over... To have you over. Why not take a seat at the table? Okay, I guess. Sit down in progress. Yeah? Comfortable? I'll get you something to drink. Asked him hot fridge. All set. What would you like? Hey! Don't. Get. Up! You're the guest! Sit down and enjoy yourself! Why not just point to what you want? You can use the spare. Willkommen zurück. Ja, wir werden Besties! Mit Anleiten. Mehr sage ich dazu nicht. So, dann spielen wir hier noch die letzten zwei Ebenen fertig. Ihr wisst, wie das ist. Und dann war es das auch schon für dieses Jahr. Ist tatsächlich hier von unserem Bild hier nicht so eskaliert wie letztes Jahr. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr haben wir beim Jahresrückblick direkt die Skyfes als erstes Item bekommen. Das war ja schon crazy. Ich meine, unser Run hier ist nicht schlecht. Keineswegs. Sknaught, leave! Kann ich eigentlich nie liegen lassen. Werden wir niemals brauchen. Aber, das heißt ja nichts. So, erstmal massivst viel Geld mitnehmen. Die Blank. Ich weiß nicht wofür. Ich weiß nicht wofür. Das hingegen schon. Humbling Bundle. Sehr schön. Auf sowas habe ich eigentlich gewartet. Den hätte ich fast übersehen, so. Jetzt kriegen wir Ressourcen en masse. Respektive auch Münzen. Die wir dann wieder im Shop verwerten dürfen. Und Bomben und anderweitigen Shit. Vor allem die Herzen. Ja. Gut. Dann machen wir den Duke of Flies kurz kalt. Das ging jetzt ganz schnell. Keine Nigh-Tales. Stimmit up und Shot speed up. Finde ich ganz gut. Und dann ballern wir die letzte Ebene noch durch. Vielleicht gibt es ja hier was Tolles für uns. Was jetzt nochmal so richtig alles auf den Kopf stellt. 48-Hour-Energy ist eine gute Pille. So. Okay. Ähm. Deck of Cards und Kompass. Ich denke eher nicht. Der Sackhead. Ja, aber... Ach. Warum denn nicht? Ja, ich weiß warum nicht. Wir haben noch nicht genug Münzen. Aber das sind jetzt Details. Monstrous Tooth. Ich denke nicht. Die Dead Sea Scroll. Ich denke auch nicht. Milk. Ich denke auch nicht. Äh. Nein. Oh, wir sind voll mit Herzen. Ja gut, dann können wir da auch reingehen. Das ist jetzt belastend. Wieso haben wir gerade keinen Schaden bekommen? Nicht hinterfragen. Also, schön hinterfragen. Ich würde gerne wissen, warum wir keinen Schaden bekommen haben beim Verlassen des Raums. Da kriegt man also selbst Fliegschaden, oder? Hm. Als ob wir jetzt keine Münzen mehr bekommen. Als ob wir jetzt keine Münzen mehr bekommen. Dingle. Jetzt haben wir gleich keinen Gegner mehr, wo wir unser neues Item ausprobieren können. Das ich mir jetzt gleich im... Naja, egal. Ja. Ich meine, an der Stelle ist Schluss für heute. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ähm. Aber ich will natürlich euch nicht einfach so rausschmeißen, ja. Ich will euch schon verabschieden. Ich danke für das ganze Jahr, dass ihr trotz allem, äh, wenn ihr jetzt hier dabei seid, heißt das für mich automatisch, dass ihr das ganze Jahr trotzdem in Gedanken zumindest dabei wart. Oder zumindest, hey, das ist ein neues Video, er macht wieder was, schauen wir doch sofort wieder rein. Freut mich einfach, ja. Und nächstes Jahr wird's auch wieder Folgen geben. Ich hab schon noch Lust drauf, so ist das nicht. Nur, das letzte Jahr war alles, 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 alles andere als normal. Äh. Von daher, ich bedanke mich vielmals bei euch. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann in einem neuen, frischen Jahr 2021 wieder. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und falls ihr es im neuen Jahr seht, ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Und wir sehen uns dann bei weiteren Videos, bei Undertale Pacifist, bei The Binding of Isaac Afterbirth Plus oder aber auch Repentance, je nachdem wann es denn jetzt rauskommt. Aber, sind wir ehrlich, lieber verschiebt sich Repentance nach hinten und es kommt ein gutes Bug-frei, relativ so gut wie nur möglich Bug-freies Produkt raus, als dass die Entwickler jetzt einfach nur auf die Deadline drücken und einfach ein unfertiges Produkt releasen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, auch wenn es schon ewige Zeiten in der Mache ist, aber dafür wird es halt einfach toll werden. Ich freue mich drauf, weil so viel neuer Content dazukommt und ja, damit wünsche ich euch nochmals einen guten Rutsch. Vielen, vielen Dank für alles und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Euer Matze. Macht's gut, Freunde. Ciao. 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 Ciao.